Was ist eigentlich Papershift Track? Papershift Track ist das perfekte Tool für die Erfassung der Zeiten deiner Mitarbeiter. Du kannst beispielsweise ein Tablet direkt in deinem Büro platzieren und die Mitarbeiter können dann beim zur Arbeit kommen ein- bzw. ausstempeln. Wenn du Außendienstmitarbeiter hast, bekommen die eine App und mit dieser App können die direkt von unterwegs ein- und ausstempeln und sogar ganz bestimmte Informationen mit dir teilen. Und wenn du die Erfassung wieder Dienstplan machst, dann hast du die Möglichkeit auch aus den geplanten Zeiten automatisch Ist-Zeiten generieren. All diese Zeiten laufen zentral in unserem System zusammen und dort durchlaufen sie ganz bestimmte Prüfungen, die du haben möchtest. Zum Beispiel möchtest du eventuell prüfen, ob die Planzeit und Ist-Zeit sich in bestimmten Faktoren unterscheidet. Oder du möchtest Ruhezeitenprüfungen auf diesen ganzen Zeiten durchführen lassen. Und dabei errechnen wir ein Stundenkonto für jeden Mitarbeiter, vollautomatisch und für jeden Tag neu ausgerechnet. Das ist Papershift Track.